Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr der Connected Hydraulics Webseminare aus dem beinahe winterlichen Loa Main und heute reden wir über das Thema Systemsicherheit im Bereich der Steuerblöcke. Ist auch der gute Moment jetzt um auf den Kollegen, auf unseren Experten, den Kollegen Marvin Mehling zu gehen. Hallo Marvin, du warst schon mal bei uns, das ist noch gar nicht so lange her, ungefähr vor einem Jahr oder ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir schon mal über ich glaube HSR Reihenplatten und die Funktionalität, die Funktionsabdeckung gesprochen. Heute haben wir schon einen Titel gesehen, werden wir auch über das Thema Maschinensicherheit sprechen und speziell wie ihr in den Reihenplatten damit umgeht und vielleicht von dem was du so siehst, Entwickler als Zielgruppe, schon mal nicht ganz verkehrt. Auf jeden Fall genau das, was wir brauchen heute im Webseminar. Genau, also vielleicht noch mal so zum Rahmen, wir wollen natürlich versuchen nicht nur in die Produktdetails abzuspringen, ich glaube da hast du schon einiges vorbereitet, aber auch schon ein bisschen Richtung Anwendung und natürlich vor allem was die Vorteile dann auch in dieser Anwendung sind. Aber jetzt gerne lasse ich die Bühne mal an. Herzlichen Dank, kurze Vorstellung meinerseits, mein Name ist Marvin Mehling, ich bin Produktmanager im Bereich Industriehydraulik für die Steuerblöcke und wir möchten heute kurz die Basis und Relevanz schaffen für das Thema funktionale Sicherheit, um dann im Anschluss auf unser neuestes Familienmitglied im Bereich der Steuerblöcke einzugehen, die STO-Steuerblöcke, ihr seht sie hier schon auf dem Bild. Das wird der Inhalt des heutigen Webseminars. Ich hoffe, dass viele informative Themen für Sie dabei sind und lehnen Sie sich zurück. Na ja, ganz zurücklegen würde ich nicht sagen, wir haben ja auch wie gesagt ein bisschen Interaktivität vor, aber ich denke jetzt mal nicht, oder es kann ja sein, dass jetzt Leute dabei sind, Teilnehmer, die sich noch nicht so ganz im Thema bewegt haben. Vielleicht kannst du ganz kurz zum Einstieg ein bisschen was zum Thema funktionale Sicherheit erzählen. Sehr gerne. Kompliziert dargestellt, einfach erklärt, im Bereich der funktionalen Sicherheit mit jeder Maschine, die man als OEM in Verkehr bringen möchte, die man als End-User retrofitten möchte, kommt man an den Punkt der Risikobeurteilung und der Risikoanalyse. Das heißt, wir machen uns kurz bewusst, welche Gefahren, welche Risiken bestehen an meiner Maschine. Das geht von einfachen Dingen, wie kann an einer bestimmten Stelle jemand stolpern, hin zu, erreiche ich mit meinem Arm eine Gefahrenstelle und am Ende ist der Arm im schlimmsten Fall ab. Also bis in die Ebene geht es dann auch hinein. Und dann geht es natürlich darum, in der Risikominderung diese Risiken so weit zu mindern, dass sie entweder nicht mehr da sind. Das wäre im ersten Schritt die inhärent sichere Konstruktion, beispielsweise ein Schutzzaun, damit ich mit meinem Arm gar nicht in die Maschine reinlangen kann und dementsprechend die Gefahr nicht mehr besteht. In der zweiten Ebene, ich springe einmal weiter, geht es um die technischen Schutzmaßnahmen. Hier gibt es beispielsweise die ISO 13849, mit der wir uns heute dann auch beschäftigen. Da sprechen wir von funktionaler Sicherheit. Das heißt, wenn ich den Schutzzaun nicht installieren kann, weil der Mitarbeiter in die Maschine eingreifen muss, dann geht es zum Beispiel um eine Schutztür, um eine Lichtschranke, die als Sensorik dient, um über eine entsprechende elektrische Steuerung dann auch eine Aktuatorik ein Ventil, einen Zylinder ansteuert, der dann im Idealfall stehen bleibt, austrudelt, dekomprimiert wird, diese Themen. Diese ganze Kette an funktionaler Sicherheit fasst man zusammen und berechnet man in einem sogenannten Performance Level, der quasi beschreibt, wie sicher die Anlage damit gemacht werden kann, ja, beziehungsweise wie wahrscheinlich am Ende immer noch ein gefahrbringender Ausfall passieren kann. Und um zu ermitteln, wie sicher ich die Maschine dann auch ausführen muss, gibt es den sogenannten Risikografen. Der leitet uns an, zu ermitteln, wie viel Aufwände ich betreiben muss, um die Anlage sicher auszuführen. Das heißt, wir starten mit der Schwere der Verletzung. Also wenn ich mir nur was quetsche, dann ist das eine irreversible Verletzung. Wenn der Finger ab ist, dann umgekehrt eine reversible. Wenn der Finger ab ist, ist das eine irreversible Verletzung. Weitergehend mit, wie häufig befindet sich der Mitarbeiter im Befährdungsbereich regelmäßig, jede Minute, einmal pro Stunde oder einmal pro Monat. Hinzu können wir diese Gefährdung auf die eine oder andere Weise vermeiden durch entsprechendes langsames Fahren. Und so gehen wir den Risikopfad entlang und erreichen am Ende eine Performance Level Kennziffer, BCDE, entsprechendes Risikos. Und das ist unser sogenannter Required Performance Level, PLR, den wir mit der entsprechenden Sicherheitsfunktion im Idealfall erfüllen. Perfekt. Also ich glaube, das war eine sehr schöne, knackige Zusammenfassung. Wir hatten ja schon ein Webseminar vor ungefähr zwei Jahren Anfang 22 zum Thema Maschinensicherheit. Da gehen wir später auch nochmal kurz drauf ein, dass es das natürlich auch noch gibt. Also wer mehr wissen möchte, kann dann natürlich da auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Uns interessiert natürlich jetzt nicht nur, wo Sie herkommen und in welcher Position Sie arbeiten, sondern jetzt wäre es tatsächlich nochmal ein guter Zeitpunkt für uns, dass Sie uns mitteilen, wie das Thema bei Ihnen ja auf der Tagesordnung ist. Also das heißt, wie oft begegnet Ihnen das Thema Maschinensicherheit in Ihrer täglichen Arbeit? Ist es eher so, dass Sie das wirklich bei jedem Projekt haben, bei jeder Maschine oder eher so einmal im Monat, einmal im Jahr oder vielleicht nie? Das wäre jetzt so die Frage. Wir sind jetzt bei knapp 60 Teilnehmern und das sehe ich auf jeden Fall. Es verändert sich gerade noch ein bisschen. Der Trend geht auf jeden Fall hinzu bei jedem Projekt, bei jeder Maschine. Also gehen wir schon ein bisschen davon aus, dass die Kollegen, die Kolleginnen, die hier dabei sind, sich bei dem Thema schon ein bisschen auskennen. Aber ja, es ist also sehr schön abfallend, eigentlich täglich. Und da hast du ja auch gesagt, ist ja gerade in Deutschland ja auch regulatorisch so, dass man da nicht ganz dran vorbeikommt. Definitiv. Gar nicht im Idealfall. Im Idealfall, genau. Jetzt reden wir über STOM, glaube ich. STO-Steuerblöcke. STO heißt Safe Talk Off. Korrekt. Das ist ja wirklich dann die Sicherheitsfunktion. Vielleicht wäre es jetzt ganz gut, bevor wir auf die Funktion später eingehen, dass du vielleicht doch nochmal kurz zu dem Portfolio oder zu dem Produkt ein bisschen was erzählst. Ja, die STO-Steuerblöcke. Wir kommen mal vom System her. Wenn wir eine größere oder eine zentrale Ölversorgung haben, dann begegnen wir dem Thema, dass wir gewisse Maschinenteile, gewisse Bereiche der Werkhalle von der hydraulischen Energieversorgung trennen wollen. Nichts anderes tut unser STO-Steuerblock. Der agiert als Bereichsabschaltung. Vielleicht kennen Sie es auch als Absperrblock, als Trennblock. Jedenfalls ist der Steuerblock dafür da, dass wir die hydraulische Energieversorgung sicher unterbrechen, was den Volumenstrom angeht, auch was den Druck angeht. Und das, sage ich mal, gemäß der normativen Anforderungen auch bis hin zur Kategorie 4, Performance Level E. Jetzt haben wir den Performance Level vorhin schon erklärt bekommen, anhand dieses Auswahlbeispiels. Wie passt jetzt die Kategorie 4 noch dazu? Also Kategorie 4 ist die Systematik, wie die Schaltung der funktionalen Sicherheit, der Sicherheitsfunktion aufgebaut sein muss. Das bedeutet, wir sind in der Anforderung teilweise so, dass wir nicht nur mit einem Ventil arbeiten können, das sicher abschaltet, sondern zwei benötigen, die dann auch noch stellungsüberwacht sein müssen. Und die voranstehenden Maschinenteile, die elektrische Steuerung und die Sensorik, die müssen genauso ausgeführt sein, damit wir am Ende den Performance Level E erreichen können, der letzten Endes das Level an Sicherheit bzw. an Risikominderung beschreibt. Performance Level E ist dabei die höchste Sicherheitskategorie. Okay. Das heißt also Kategorie 4, Performance Level E ist so ziemlich das Maximum, was man erreichen kann. Genau. Und du wirst auch gleich nochmal bei der Anwendung nochmal darauf eingehen, was für Vorurteile man hat im Parallelbetrieb. Ich habe vorhin eine Frage vergessen, die würde ich jetzt gerne noch nachschieben und zwar bei Ihnen nochmal. Welche Herausforderungen oder welche Hürden begegnen Ihnen im Kontext der Maschinensicherheit? Vielleicht können Sie da nochmal ganz kurz uns Ihre Antwort geben. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sie können mehrfach beantworten, Risikoanalyse, aber vielleicht dann auch eben die Sicherheitsmaßen identifizieren oder vielleicht auch nur die Bestimmung dieses Performance Levels, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, da gibt es ja verschiedene Abstufungen. Oder halt dann eben auch der Nachweis dieses Levels bzw. der Sicherheit Ihrer Maschine. So. Da haben wir ungefähr die Antwortanzahl von vorhin erreicht. Also Risikoanalyse auch definitiv eines der wichtigsten. Identifikation von Sicherheitsmaßnahmen, Performance Level ist jetzt nicht so wie in der internationalen Session, ist jetzt nicht ganz so oft gevotet worden. Ich glaube, wir haben hier eher Leute, die dann schon ein bisschen tiefer im Thema stecken. Aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn du jetzt dann nochmal dann finalisierst und vor allem dann die Anwendung zeigst. Okay. Und das streicht auf jeden Fall, sag ich mal, die Notwendigkeit des heutigen Webseminars. Zurück zum System. Wir haben also eine beliebige hydraulische Druckversorgung und haben hier die Möglichkeit, einen STO-Steuerblock zu verbauen, der bestimmte Sicherheitsfunktionen übernehmen kann. Der STOM, die Hauptfunktion ist letzten Endes eine STO-Funktion, wie der Name auch schon sagt. Safe Talk Off. Safe Talk Off im englischen Begriff, daher kommen die Abkürzungen. Auf Deutsch wäre es quasi sicher abgeschaltetes Moment, da diese Begriffe primär elektrisch geprägt sind, wäre das hydraulisch übersetzt quasi eine sichere Energietrennung. Und als Subfunktion der sicheren Energietrennung, dass wir von P1 nach P2 absperren können, kommt noch die sichere Dekompression SDE hinzu. Das heißt, nachdem wir den Block abgesperrt haben, dekomprimieren wir die nachstehende Ölleitung P2 auch in Richtung Leckageanschluss. Das heißt, wir machen die Anlage sicher drucklos. Es gibt noch weitere Funktionen, auf die wir gleich noch eingehen, dass man mit diesem Steuerblock sogar einen sicher begrenzten Volumenstrom umsetzen könnte. Wird aber womöglich in einer zentralen Ölversorgung weniger relevant sein. Eher, wenn ich eine Einzelapplikation einen einzigen Zylinder nach meinem Steuerblock verbaut habe, der da arbeiten soll. Summa summarum helfen uns diese STO-Steuerblöcke, uns und auch Ihnen, die Anforderungen an die Person und die Maschinensicherheit zu erfüllen. Wenn wir das mal etwas konkreter machen auf Ihr System, dann gibt es verschiedene Maschinenteile, Werkshallen, die ich wahlweise mit der hydraulischen Ölversorgung verbinden möchte oder aber auch trennen möchte. Unabhängig davon, was das jetzt ist, ein Prüfstandsfeld, eine Metallurgieanlage mit verschiedenen Funktionen, kann man also quasi mit einem oder mehreren STO-Steuerblöcken Maschinenteil A von der hydraulischen Energieversorgung wegschalten, während Maschinenteil B weiter operieren kann. Das bedeutet, wir können dort sicher be- und entladen, wir können die Maschine warten oder den Maschinenteil oder aber auch umrüsten, während der andere Maschinenteil weiter arbeiten kann. Das bedeutet, am Ende des Tages, die STO-Steuerblöcke können Ihnen auch Ihre Anlagenverfügbarkeit erhöhen, da Sie nicht, wie möglicherweise bisher, die gesamte Halle abschalten müssen von der hydraulischen Energieversorgung, sondern nur gewisse Teile. Und das ist am Ende des Tages natürlich ein Vorteil für unsere Kunden, der über die funktionale Sicherheit hinaus... Maschinenverfügbarkeit ist immer gut. Genau, würde ich sagen, so gut wie möglich. Super, also danke, dass du auch da ein Beispiel mal gebracht hast, auch wenn es jetzt nur ausgewählte Anwendungsfelder betrifft. Ich würde gerne nochmal eine Frage an Sie stellen. Welche Sicherheitsfunktionen haben Sie denn in Ihren Anlagen oder Ihrer spezifischen Anlagenform typischerweise? Wir haben ja festgestellt, da ist ja doch sehr, sehr viel auch bei Ihnen unterwegs. Wir haben hier die Möglichkeit, eben sicherer Stopp, dann das, was du eben auch gerade erklärt hast, was jetzt hier der Schwerpunkt ist, eben diese Energietrennung, aber auch die Dekompression oder halt eben die Volumenstrombegrenzung. Guck mal, du hast ja erwartet, dass es so ein bisschen ausgeglichen sein wird und ich glaube, wir sehen es hier auch. Wobei, ja, ich glaube, Stopp und Energietrennung ist, glaube ich, trotzdem nochmal ein bisschen mehr im Schwerpunkt als die anderen beiden Punkte. Super, danke für die Antworten und jetzt die letzte Frage, die wir jetzt inhaltlich vorbereitet haben nochmal, weil es uns einfach interessiert. Es gibt diese verschiedenen Level, Performance Level von A oder B bis E. Okay, was sind denn die Level, die Sie normalerweise in Ihrem Umfeld betrachten? Gucken wir nochmal. Ja, es scheint sich mehrheitlich wohl beim Thema PLD und dann natürlich nachgelagert auch PLE einzupendeln. Okay, auch da werden wir, glaube ich, nochmal drauf eingehen, auf diese verschiedenen Abstufungen. Gut, bevor wir jetzt in die Funktionalitäten gehen, ich möchte es tatsächlich nochmal erwähnen, also wir haben jetzt hier diesen Live-Chat, ich habe gesehen, da sind noch keine Fragen da. Nutzen Sie es ruhig währenddessen, wenn Ihnen irgendwelche Fragen in den Sinn kommen, dass Sie eben die stellen, weil wir dann eben live nochmal beantworten können. Gut, was ist jetzt ein typischer Funktionsablauf und wie wirkt jetzt dann ein STO-Steuerblock in dem Zusammenhang? Wir schauen einfach mal rein, da wir überwiegend hydraulischer sein werden, wollen wir natürlich einen hydraulischen Schaltplan sehen und dann auch verstehen, wie das Produkt funktioniert. Hier beispielhaft die Variante mit Logikventilen und bis zur höchsten Sicherheitskategorie. Das heißt, dieser Steuerblock ist in der Lage, eine Kategorie 4 Performance Level E zu erfüllen für die relevanten Sicherheitsfunktionen. Wir haben auf der Unterseite zwei Sechserventile, eine Bypass-Funktion und auf der Oberseite ist die eigentliche Hauptfunktion des STO-Steuerblocks. Im Grundzustand befinden wir uns natürlich stromlos, dementsprechend wird die nachstehende P2-Leitung über die beiden unteren Bypass-Ventile dekomprimierend, werden die oberen Ventile, die Aktivlogics, quasi über den P1 anstehenden Druck sicher geschlossen werden oder aber auch durch die Feder, die mit ansteht. Die Stellungsüberwachungen geben Signal und damit sind wir zunächst mal sicher, was die Funktionen STO und STE angeht. Wenn wir jetzt im Zyklus starten wollen, bietet der Block eine weitere Funktion, die sogenannte Vorkomprimierung. Dabei nutzen wir die zwei Bypass-Ventile auf der Unterseite, aktivieren die, die werden beschaltet und dann sind wir in der Lage, schon einen Druck in P2 aufzubauen. Warum ist das wichtig? Wenn wir jetzt die Hauptventile hart aufschalten würden, dann wird es einen riesen Schlag tun. Dementsprechend, wer vielleicht schon mal in einer Metallurgieanlage war und dort die zentralen Ölversorgungen kennt, da geht es teilweise über Dutzende, wenn nicht gar hunderte Meter Rohrleitungen in entsprechend großen Durchmessern, hier den Hauptvolumenstrom hart aufschalte, dann wird es entsprechend schlagen. Es wird eine Druckspitze entstehen, die langfristig den Komponenten schadet und natürlich auch die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld stört, sozusagen die Geräuschbelastung auch dementsprechend stört. Das kann man auch wirklich nachvollziehen und jetzt deine oder eure Lösungen, die ihr habt, vielleicht auch im Einsatz mal, vielleicht, du hast was vorbereitet, vielleicht können wir das uns jetzt gerade einspielen, das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Was werden wir jetzt gleich sehen oder hören? Im Rahmen der Produktentwicklung haben wir unsere Blöcke natürlich ausgiebig getestet und dabei auch quasi die Druckspitzenminderung des harten Aufschaltens und des Vorkomprimierens betrachtet. Das heißt, wir schauen uns jetzt gleich kurz ein Video an, dem wir zunächst den Steuerblock hart aufschalten, betrachten, was da geräuschtechnisch wie auch drucktechnisch entsteht und dann gehen wir in die Vorkomprimierung und schalten weich auf. Das Ganze können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Man sieht es auch im Schlauch. Genau. Also, vielleicht nochmal, das muss man zweimal sehen, gerade den Schlauch nochmal angucken. Kurz beschrieben, die erste Druckspitze oder die erste Geräuschspitze ist sozusagen das Halteraufschalten der Hauptventile. Wir sehen es auch am Geräuschprofil, dass es entsprechend laut und stark schwingt. Und ab der Mitte des Videos gehen wir, nachdem wir wieder dekomprimiert haben, in die Vorkomprimierung und schalten dann nochmals auf. Man sieht auch ganz deutlich an dem Rechten der beiden Schläuche. Beim ersten Mal reißt es den richtig mit. Beim zweiten Mal ist es noch ein leichtes Zucken. Man muss das noch in den Kontext setzen. Wir arbeiten hier im Prüfstand in dem Moment mit 300 Liter die Minute und 10 Liter Todvolumen. Jetzt haben wir in der Anlage teilweise 50 oder gar 100 Liter Todvolumen, also ein Vielfaches. Das ist der Effekt noch nicht. Und gehen bis auf Drücke von 315 Bar. Also das kann richtig, richtig laut schlagen. Und durch die Vorkompression können wir letzten Endes die Druckspitzen mindern. Und damit die Lebensdauer der Systemkomponenten erhöhen. Und gleichzeitig aber auch den Lärmpegel reduzieren. Wenn das jetzt erfolgt ist, kommen wir dann in den, wie nennt das immer Free-Flows-Status oder Vollgas? Vollgas, genau. Wenn wir vorkomprimiert haben, wollen wir natürlich jetzt arbeiten. Dementsprechend brauchen wir vollen Volumenstrom über den Steuerblock. Bedeutet, zusätzlich zu den beiden Bypass-Ventilen, die beschaltet bleiben, werden die beiden Hauptventile zugeschaltet. Damit öffnen wir quasi die Verbindung von P1 über beide Ventile nach P2 und können den Hauptvolumenstrom damit über den Block leiten. Was ist da jetzt natürlich wichtig? Energieeffizienz. Wenn ich mehrere hundert Liter die Minute über einen Block schieben möchte, dann möchte ich da so wenig Energie verbrennen wie möglich. Und unsere Steuerblöcke kommen auch direkt mit der neuesten Ventiltechnik einher. Hier sehen wir jetzt quasi unten das Bild, das wir bisher die ganze Zeit betrachtet haben. Der Aufbau in Aktivlogik-Variante für die Nenngrößen 32 und 40 und für kleinere Nenngrößen und dementsprechend kleinere Volumenströme haben wir auch die Nenngröße 30 und 20 mit SL-Ventilen im Angebot. Einfach um Ihnen quasi entsprechend Ihren Volumenstroms immer eine passende Nenngröße an Steuerblock bieten zu können. Und speziell unsere Aktivlogics arbeiten hier mit der neuesten Serie. Das bedeutet in etwa 30% Energieeffizienzoptimierung, was natürlich bei der Leistung, die über diesen Block fließt, erheblich ist. Wir haben ja hier einige, die Zuschauer werden sich schon gewundert haben, warum hier so Ventile rumstehen, aber jetzt ist der Moment erreicht. Vielleicht kannst du eins noch mal ein bisschen genauer vorstellen oder vielleicht die besonderen Merkmale jetzt hier. Vielleicht ganz kurz erklärt. Das ist jetzt tatsächlich das Logik-Ventil in Nenngröße 32. Und wenn wir uns das mal in der Kamera genau anschauen, dann sehen wir, dass wir nicht mehr klassisch mit einer normalen Bohrung arbeiten, sondern dass in diesem Ventil hier ein Langloch verbohrt ist, was es energieeffizienztechnisch ermöglicht, so viel entweder höhere Volumenströme zu fahren oder aber natürlich viel, viel niedrigere Energieverbräuche. Vielleicht kannst du auch mal anhand der Kennlinie noch mal kurz zeigen, was so übliche, wir hatten vorhin auch eine Frage, was so übliche Eckdaten sind. Es kommt natürlich ganz auf die Anlage und auf das System des Kunden an, aber bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Nenngröße 32. Wir können hier 1.000 Liter die Minute fördern bei etwa 12 Bar Delta P. Unsere Empfehlung ist, die Blöcke mit 8 bis 12 Bar Maximum zu betreiben, um einfach nicht zu viel Energie zu verbrennen. Prinzipiell können wir aber Volumenströme in den Nenngrößen schon bis 1.700 Liter die Minute bereitstellen, was dann auch dem entspricht, was die Kunden üblicherweise in ihren Anlagen benötigen. Das ist super interessant. Wir haben auch schon Feedback, dass wir die Problematik gut getroffen haben. Wir müssen trotzdem ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, weitergehen. Wir haben jetzt sehr viel schon über die Funktionalitäten gesprochen oder über die Vorteile. Wir haben aber noch gar nicht so viel über die Sicherheitsfunktionen gesprochen. Vielleicht kannst du da als nächstes nochmal... Wir kommen natürlich an den Punkt, wo tatsächlich etwas passieren kann. Jemand greift in die Lichtschranke, drückt den roten Pilzknopf. Bevor wir das tun, muss ich noch eine Sache ergänzen. Man sieht es an den Schaltplänen. Die Steuerblöcke haben über alle Nenngrößen hinweg den gleichen elektrischen Schaltungsaufbau. Das bedeutet, wenn ich einmal in der SPS die entsprechende Schaltfolge programmiert habe, bin ich in der Lage, den Block in jeder Nenngröße zu nutzen, zu kopieren, zu adaptieren. Es macht es dementsprechend einfach, den Block in das System einzubinden. Und auch auf mechanischer Seite haben wir uns hier was dabei gedacht, denn der P1- und der P2-Anschluss werden immer in einer Achse liegen. Das bedeutet, bei bestehender Verrohrung, Integration des Steuerblocks bei einem Retrofit ist es auch hier möglich, den Block schnellstmöglich und einfach in das System zu integrieren. Und jetzt greifen wir tatsächlich in die Lichtschranke und lösen den Fehlerfall aus. Das heißt, was passiert hier? Alle Ventile werden in den stromlosen Zustand zurückfallen. Das heißt, die Pilotventile werden deaktiviert. Auch die Bypassventile werden deaktiviert und fangen direkt an, den Steuerblock von der P2-Seite her zu dekomprimieren. Es passiert mit bis zu 80 Liter die Minute, da wir hier eine doppelte Durchströmung am 6er-Schieber implementiert haben. Und gleichzeitig fangen die LC2-Ans an zu schließen, gesteuert von der P1-Seite und dem maximal anstehenden Druck in diesem Fall. Und dabei schaffen wir, begonnen in der Entwicklung mit 500-600 Millisekunden, im Prinzip für beinahe alle Betriebszustände, Schließzeiten kleiner 300 Millisekunden. Und je höher der Betriebsdruck in unserem System, je höher die Last, desto schneller werden die Aktivlogik schließen. Sozusagen Win-Win. Je größer das Risiko, je größer die Gefahr, desto schneller wird unser Block reagieren und die Anlage in einen sicheren Zustand bringen. Perfekt. Zum Abschluss geht man dann wieder in den Grundzustand zurück? Korrekt. Zum Abschluss, nach erfolgter Dekompression sind wir im Ausgangszustand. Das heißt, der STO ist aktiv, auch die SDE-Funktion, wir sind sicher dekomprimiert auf der P2-Seite und der Mitarbeiter kann in die Anlage eingreifen, Umbauten vornehmen, was eben ansteht. Ich glaube, das ist wirklich der Hauptvorteil. Aber wir gehen auf die Vorteile zum Schluss dann nochmal ein. Kommen wir nochmal zu dem Thema Performance Level. Wir haben vorhin festgestellt, nicht jeder ist auf Level E. Es gibt da doch einige, oder die Mehrzahl war tatsächlich auf dem Level D auch unterwegs. Ihr habt da auch darauf reagiert mit eurem Portfolio? Korrekt. Die Steuerblöcke sind so ausgeführt, dass wir mit ein und derselben gebohrten Platte mehrere Performance Level quasi für die entsprechenden Sicherheitsfunktionen umsetzen können. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie jetzt die Kategorie 4 Performance Level E-Variante, die wir bisher vorgestellt haben. Wir haben in der Umfrage gesehen, am häufigsten erforderlich ist offensichtlich der Performance Level D für diese Funktionen. Das finden wir in der Mitte und das ist ehrlicherweise auch mein persönlicher Favorit für diese Produktfamilie, denn wir können hier folgendermaßen vorgehen. Die beiden Bypass-Ventile sind dabei nicht mehr stellungsüberwacht. Stattdessen haben wir einen Drucksensor im Messanschluss des P2-Kanals und können somit über eine zyklische Testung die Funktionsfähigkeit der Ventile nachweisen, ohne dass wir auf direkte Stellungsüberwachungen zurückgreifen müssen. Das macht es für uns einfacher, macht es für den Kunden einfacher. Und der Kunde wird, da gehe ich von aus, in den meisten Fällen ohnehin den Drucksensor im P2-Anschluss installiert haben. Das heißt, der wird hier direkt mit dem Lieferumfang dabei sein und kann genutzt werden. Und dann habt ihr hier noch einen, auf der linken Seite, einen High Performance, würde ich sagen. Für höchste Sicherheitslevel ohne Bypass oder aber, falls die Vorkompression aufgrund kleiner Todvolumina nicht erforderlich ist, kann man die Bypass-Funktion auch einfach blind schalten und lediglich die STO-Funktion nutzen. Es sieht nach sehr viel Materialnummer und Varianz aus. Es ist, glaube ich, gar nicht so viel. Also wie viele Produkte, echte Produkte liegen dann dahinter? Tatsächlich ist es gar nicht so viel. Ich gehe auf die nächste Folie. Es werden in Summe im Produktportfolio 24 Steuerblöcke sein. Ja, und ich muss letzten Endes nur wissen, welches Fluid nutze ich, dementsprechend welchen Dichtungswerkstoff kann ich verwenden. Anhand der Volumenstromcharakteristik in meinem System, in meiner Applikation, wähle ich die passende Nenngröße. Und abschließend muss man dann nur noch entscheiden, möchte ich die Bypass-Funktion dabei haben. Ja oder Nein. Und welchen Performance-Level benötige ich. Also nutze ich den Block in Kategorie 4 bis zu Performance-Level E oder reicht mir ein Block in Kategorie 3 bis zum Performance-Level D aus? Und am Ende lande ich bei einer einzigen Materialnummer, die dann entsprechend schon bestellfähig und lieferfähig ist. Viel einfacher wird es im Bereich der funktionalen Sicherheit, denke ich, nicht werden. Okay, die Materialnummern gibt es schon. Also man kann quasi schon bestellen. Das Datenblatt selber ist noch kurz vor der Veröffentlichung, glaube ich. Die Datenblätter sind abgeschlossen, momentan noch in der englischen Übersetzung, dass wir dann ein Datenblatt in deutscher und in englischer Sprache zur Verfügung stellen können. Das Ganze wird voraussichtlich abgeschlossen sein, entweder noch im Dezember oder spätestens Anfang Januar. Dann wird auch offiziell online ein Datenblatt für diese Steuerblöcke zur Verfügung stehen, sodass unsere Kunden darauf zurückgreifen können. Also vielleicht gibt es ja noch ein Weihnachtsgeschenk für Sie aus dem Umfeld. Und was man noch erwähnen muss, wir haben natürlich auch unseren Online-Katalog. Da sind wir dann dabei. Da dauert es ein bisschen länger, weil wir das ins System mit einpflegen müssen. Ich glaube, Anfang des Jahres war da angedacht, dass man da, soweit ich weiß, die Informationen inklusive der Betriebsanleitung, glaube ich, und dann auch der CAD-Modell. Es wird sowohl ein Datenblatt, aber auch eine Betriebsanleitung geben, damit Sie als Kunde die Möglichkeit haben, die Schaltfolge, die wir auch hier in der Präsentation mit dargestellt haben, nachzuvollziehen. Dass der Steuerungstechniker weiß, wann habe ich welche Stellungsüberwachung auf Signal 1 oder 0 zu überwachen. Und alles in allem bedeutet diese Standardisierung im Bereich der funktionalen Sicherheit natürlich eine enorme Aufwandsreduzierung für unsere Kunden. Sobald der Kunde weiß, ich benötige Performance Level D, ist es letzten Endes nur die Materialnummer auszuwählen, anzufragen und im Idealfall natürlich zu bestellen. Das bedeutet, wir haben eine beschleunigte Risikominderung. Wir müssen nicht in einen individuellen Entwicklungs- und Konstruktionsprozess gehen, sondern wir greifen auf bestehende und skalierte Standards zurück. Das macht es dem Konstrukteur und dem Entwickler natürlich sehr, sehr viel einfacher. Ich glaube auch das benötigte Wissen, was man als Kunde braucht, ist dann quasi ja schon damit drin. Das ist natürlich der allererste Schritt, aber Fachpersonal im Bereich der funktionalen Sicherheit zu finden, ich stelle es mir nicht einfach vor. Natürlich ist das schon eine der ersten Hürden und hier bieten wir die Möglichkeit, das Ganze auf ein Minimum zu reduzieren und möglichst weit zu vereinfachen. Und im besten Fall habe ich dann natürlich auch eine entsprechend gute Lieferfähigkeit, wenn dieser Steuerblock mit der immer gleichen Ventiltechnik und der identischen gebohrten Platte regelmäßig läuft. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss, wir sind ja relativ am Ende schon, zum Abschluss nochmal kurz zusammenfassen, was sind denn so die Hauptbenefits, der Hauptnutzen aus diesem Umfeld der Steuerblöcke? Wir haben es hier auf einer Folie zusammengefasst. Ich denke, dass sich hier jeder irgendwo ein Stück weit wiederfindet. Das Hauptargument für dieses Produkt ist natürlich die Standardisierung der Personen- und der Anlagensicherheit. Das heißt, wir bieten eine standardisierte Lösung, die Ihnen zum einen die Aufwände reduziert im Bereich Engineering und Design, zum anderen aber auch einfach sicherstellt, wir sind sicher, wir haben unsere Anlage sicher ausgerüstet und das Risiko, die Gefahr, die besteht, soweit gemindert, dass die Maschine abgenommen und in Betrieb oder in Verkehr gebracht werden kann. Wir haben darauf geachtet, dass der Block möglichst einfach in die bestehenden Anlagen oder auch neuen Anlagen integriert werden kann, über die Anschlüsse, über die elektrische Schaltfolge, die wir Ihnen auch dokumentativ bereitstellen. Die Dokumentation ist natürlich auch einer der Nutzen, die wir hier haben. Und am Ende macht es das Produkt unseren Kunden hoffentlich sehr, sehr viel einfacher, das Thema funktionale Sicherheit in Ihrer Maschine umzusetzen. Zumindest haben wir die Hürden, die wir vorhin gesehen haben, auf jeden Fall mit angetriggert. Schon mal vielen Dank für diese sehr umfangreiche und trotzdem komprimierte Information. Ich denke, es war auch ein bisschen hilfreich, mal zu sehen, ein bisschen so hinter die Kulissen zu gucken, woran hängt es jetzt wirklich. Ich glaube, Sie haben gesehen, wir haben die Kompetenz auf jeden Fall im Haus. Aber wie immer ist es natürlich das Beste, Sie gehen direkt auf Ihre Vertriebskollegen ein, Vertriebsmitarbeiter von Bosch Rexroth, die Sie dann natürlich erst mal an die Hand nehmen können, das bestehende Projekt mal ein bisschen scannen können. Und ich glaube, man wird jetzt an der nächsten Folie sehen, wir haben ja mehrere Informationen auch noch online, vielleicht kannst du die kurz mal zeigen. Das gibt es sehr, sehr viel natürlich auch im Bereich der Steuerblöcke schon jetzt, was Sie nachlesen können. Es gibt Tour Euroblech, die vor ein paar Wochen war, ein spezieller Fachartikel, der da verlinkt ist. Die Datenblätter, wie gesagt, schauen wir mal. Die Chancen stehen noch ganz gut, dass die dieses Jahr noch kommen. Und dann halt eben spezifisch zu dem Thema Maschinensicherheit gibt es ein Webseminar, verschiedene Inhalte, Trainingsangebote über unsere Academy, also ein sehr, sehr breiter Strauß an Angeboten. Und natürlich, das ist das Wichtigste, das gefällt mir, dass du es da auch nochmal gezeigt hast, der Marvin ist dann natürlich als Experte für das Thema auch verfügbar. Also vernetzen Sie sich am besten direkt mit ihm über LinkedIn, dann kriegen Sie auch mit, wenn er mal ein bisschen was Neues erzählt noch dazu. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere Event. Also damit sollten Sie, glaube ich, ganz gut abgedeckt sein. Die Unterlagen kriegen Sie natürlich auch mit Ihrer Anmeldung, das ist sicherlich keine Frage. Und ich bedanke mich schon mal für den jetzigen Teil bisher. Wie gesagt, war eine sehr, sehr schöne, runde Geschichte. Ich würde Sie jetzt nochmal bitten, nochmal kurz zu überlegen. Wir haben ihn jetzt noch da, wir haben noch ein paar Minuten. Falls Sie Fragen haben, nutzen Sie unseren Chat. Ich sehe, der ist aktuell recht wenig los. Anscheinend hast du sehr, sehr viel schon beantwortet. Was ich jetzt weiß, du hast zwei, drei Teaserfragen sozusagen, die ich quasi nochmal dir überlegt hatte, was so üblicherweise noch an Fragen kommt, so als FAQ oder wie man es nennen möchte. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Nachdem eine halbe Stunde in einem Webseminar nicht ausreichend, um alle Fragen abschließend zu klären, haben wir uns welche überlegt, die wir jetzt quasi stellen und auch gleichzeitig beantworten möchten. Die erste Frage zielt ganz konkret auf den STOM-Steuerblock ab. Ist der verfügbar, kriege ich dafür ein Angebot? Einen offiziellen Start-of-Production haben wir heute noch nicht verkündet. Das wird wahrscheinlich zu Beginn des nächsten Jahres passieren. Wenn unsere Kunden natürlich interessiert sind, Beratungsangebote haben wollen oder ein konkretes Angebot bereits für die Steuerblöcke, dann ist das natürlich möglich. Und dann werden wir uns mit unseren Vertriebsmitarbeitern kurz schließen und hier auch ein Angebot vorbereiten. Also technisch beschrieben haben wir gesehen mit Materialnummer. Ist es schon, jetzt geht es bloß noch um die vertriebliche Anbindung. Genau, richtig. Eine weitere Frage, die generell im Bereich der funktionalen Sicherheit unserer Kunden immer kommt, ist, habt ihr da eine Systema-Kalkulation dazu? Das ist speziell für Deutschland, glaube ich, wichtig, oder? Da kommt es am meisten, sage ich mal. Systema ist eine Software bereitgestellt von der DGUV, um einen Performance-Level-Nachweis zu rechnen. Wir haben die Dateien für die Steuerblöcke vorliegen. Dementsprechend, wenn ein Kunde einen Auftrag platziert hat, sind wir natürlich auch gerne bereit, diese Systema-Dateien zur Verfügung zu stellen, damit der Kunde seine Risikoanalyse und Nachweis abschließen kann. Genau. Falls Sie als Kunde Volumenströme haben in Ihrer Anlage, die über die bestehenden hinausgehen, über die 1500, über die 1700 Liter die Minute oder aber auch unterhalb, kleine 100 Liter die Minute, dann gibt es auch hierfür Lösungen, die Stand heute nicht im offiziellen Datenblatt dokumentiert sind, aber es wäre ein einfaches, die Blöcke nach oben oder nach unten zu skalieren und damit auch andere Volumenstromanforderungen zu erfüllen. Ganz wichtiger Hinweis nochmal, ja. Gibt es ein Zertifikat für die Steuerblöcke? Noch nicht, bald. Ja, beide dran. Wir sind dran. Ich gehe davon aus, dass wir ab Ende Februar dann auch offiziell einen Prüfstempel für diese Steuerblöcke kommunizieren können, ein Prüfzertifikat mit beilegen können, das den Kunden zertifiziert, ein Steuerblock mit dieser und jener Funktion, Sicherheitsfunktion erfüllt, Performance Level X oder Y. Damit der Kunde einfach weiß, ich bin da auf der sicheren Seite und kann mit diesem Steuerblock arbeiten, wenn ich ihn brauche. Und der letzte Punkt, der kommt auch immer wieder aus anderen Bereichen, Metallurgie glaube ich auch. Korrekt, insbesondere in der Metallurgie ist es gang und gäbe, dass wir mit schweren Flammern Flüssigkeiten arbeiten, HFC, HFDU. Die Steuerblöcke sind standardmäßig für HFDU auch ausgelegt und geeignet. Für HFC müssen wir lediglich einen Piloten ändern, der dann quasi auch für HFC-Fluide geeignet ist. Also auch das ist denkbar und umsetzbar. Wenn Kunden HFC-Anwendungen haben, dann bitte einfach direkt Kontakt aufnehmen und den ADM darauf hinweisen. Okay, super. Dann glaube ich, haben wir schon mal sehr, sehr viel noch Zusätzliches beantwortet. Und eine Frage kam auf jeden Fall noch rein. Werden die Anschlüsse P und 1 in unterschiedlichen Varianten ausgeführt, wie zum Beispiel SAE 3000 oder 6000 PSI, ARVID-Quadratanschluss, Gewindeanschluss für Verschraubung in der schweren Bauteile? Okay, also generell sind die Steuerblöcke ausgelegt bis 315 Bar Betriebsdruck, zu einer späteren Zeit womöglich auch mal für 350. Die Anschlüsse entsprechen dementsprechend generell der schweren Reihe. Für die kleinen Nenngrößen 20 und 30 arbeiten wir noch mit SAE-Anschlüssen und in den größeren Varianten mit unseren Logikventilen nutzen wir dann auch die ARVID-Flanche FA50, FA65. Denkt der Kollege, weiß damit was anzufangen. Somit ja, generell schwere Reihe und sowohl als SAE als auch als Quadratflanz-Ausführung vorhanden. Ich glaube, wir könnten da jetzt so weitermachen. Marvin hat für alle Fragen Antworten, so wie es aussieht, aber dennoch, glaube ich, sieht es so aus, als ob wir das meiste beantwortet haben. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal, auch speziell für diesen Fragenteil. Ich glaube, der war ganz hilfreich. Ich würde Ihnen jetzt gerne zum Schluss nochmal unsere Feedback-Fragen schicken. Hat Ihnen das gefallen, auch so von der Tiefe, vom Inhaltlichen? Können Sie damit was anfangen? Sind Sie zufrieden mit den Erwartungen, die Sie hatten, gefüllt? Und während Sie das jetzt ausfüllen, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, das ist das letzte Web-Seminar gewesen in 2024. Wir werden mit Ihnen zusammen in die wohlverdiente Winterpause gehen. Bis dahin nochmal alle Gas geben, dass wir möglichst gut den Jahresabschluss hinkriegen. Ich glaube, deswegen auch umso schöner, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Inhalt. Und dann spätestens dann uns nächstes Jahr wiederhören. Im Februar wird dann das nächste Web-Seminar stattfinden zum Thema High-Performance-Pumps. Also von unseren Kollegen aus Elchingen werden wir jemanden aus dem Produktmanagement da haben. Und da würde mich dann freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten würden. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich. Sehr gerne. Vielen Dank an Sie für die Teilnahme und alles Gute für den Rest des Jahres. Bis dahin.